...texturenpaket aus meiner Beschreibung entfernen. Ja, ist doch schön. Aber geil! Äh, hab ich letztens gesehen, da hat einer mit einem Standard-Texturenpaket gespielt. Was stand in den Kommentaren? Welches Texturenpaket ist das? Richtig gut! Äh, welches Texturenpaket ist das? Das sieht klasse aus. Einfach zu geil. Da, 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 denke ich mir dann auch immer, ja, der hat ja viel Ahnung. Ja, aber ganz ehrlich, wer das Standard-Texturepaket nicht kennt, der braucht Minecraft eigentlich gar nicht zu spielen. Oh, zwei Stück hab ich noch, ja! Hurra! So, 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 so einfach mal ich muss immer so ganz gar verdammt ein das schöne blatt zwei blätter springe ich jetzt hier runter schaut mal jetzt kommt mir der aufstieg da hinten gar nicht zugute ich dachte das wäre der aber muss ja erstmal hierhin so ein bisschen buschiger gemacht untenrum untenrum buschig ist immer gut das lied heißt übrigens slow burn also das ausrast lied warum das ausrast lied heißt fragen sich jetzt einige weil ich früher in meinem alten let's play dazu immer richtig abgegangen bin und das heißt einfach nur beschissenes scheiß polka lied auf die früher mal oder die früher mal mochte aber mittlerweile kosten sie mich einfach nur an okay gut das lied habe ich mal in einer montage verwendet oder meinem einzelnen einer vor allem in meiner montage oder montage habe ich ja bis jetzt nur eine zu minecraft gemacht ich könnte mal reingucken findet da unter den playlists und wisst ihr was das lied finde ich scheiße das ist cool so ein bisschen einen größeren baumhaus klumpx genau klumpx komplex wollte ich hier schon mal bauen so man kommt mir hoch sehr offen ja gehalten alles ne ist da mal kurz was müssen hier mal die fackeln weichen komm hier kann ich kommen 1 2 3 1 2 polizei 34 flasche bier 56 alte hex oder die ging das lieb wie heißt das überhaupt das weiß ich gar nicht so jetzt schön viereckig machen hier so wie es im dschungel auch normalerweise ist ihr wisst ich kann nicht sonderlich gut bauen das klappt sogar man denkt auch nein ich renne dagegen ob es sind nur blätter ich wollte schon sagen dass ich jetzt so m so ja wunderbar ja um jetzt hier allein dass er die mit der schere abbauen soll wie schlecht ja dann mache ich eben zwei parts draus also ich nehme jetzt zwei parts auf ich hatte ganz weil die zeit vergessen so sieben und elf sind äh boah matte äh 18 ja 18 gut bis bis 30 kann ich dann aufnehmen ja also bis äh bis da 23 steht aber ich denke mal ich werde aufnehmen bis da 20 steht das sind dann warte 27 27 durch 2 26 durch 2 wären 13 oder ja ne da nehme ich doch ähm auf bis da 19 steht weil ich mache gerne 13 minuten parts die finde ich nicht zu lang nicht zu kurz eigentlich sind für mich 13 minuten parts die besten äh ich mag es wenn ein let's player so 13 minuten parts hochlädt bei 10 minuten denke ich mir auch das war jetzt kurz und bei bei so ja 17 minuten denke ich mir immer achte das ist so schön lang das ist so lang ja und 13 minuten ist eigentlich für mich immer so genau das mittelding das ich schön finde so so und jetzt gehen wir in den anderen dschungel da hinten mal schön was abholzen ich brauche nämlich nur blätter boah spinne ne komm vielleicht finde ich ja mal wieder ein paar kühe das wäre das wäre endnice ich könnte übrigens mal eine kühe im keller vermehren ich glaube das mache ich auch so so komm lauf Pascal lauf ich bin ja übrigens der Pascal wie vielleicht einige nicht wissen 15 Jahre alt um die Frage auch mal vorzubeugen wie alt bist du denn Chewie 15 Jahre ja so ein alter Sack ich bin noch voll jung bin mittlerweile in der 10. Klasse um diese Fragen vorzubeugen nein ich möchte mit euch wahrscheinlich kein Together machen nur um diese Frage auch nochmal vor wegzunehmen ich suche mir die Leute aus mit denen ich ein Together machen will ich schaue mir nämlich fast jeden Kanal an der mir einen Kommentar schreibt und wenn ich den gut finde dann ähm frage ich den mal an so wie mit dem aktuellen Gast ah diese scheiß Kühe hier immer so oder dem Gast der demnächst kommt der hat mich auch vorher nicht angefragt oder gefragt ich hab ihn nämlich gefragt ich wollte das anfangs machen dass ich jeden der fragt einen lade aber mittlerweile müsste ich denn fast jede Folge einen Gast haben und das ist ja immer noch ein Einzelplayer let's play gib mir her gib mir her gib mir gib mir übrigens das ist 1.3.2 ich finde das potthässlich aber naja das sind diese neuen Bäume ich finde die extrem hässlich muss ich sagen und dich fand ich auch extrem hässlich Drecksvieh mal scheißt hier ey so bam ich muss eigentlich ja da hinten ist er schon das finde ich auch geil weil der Baum teils in ah aha jetzt brennt er weil der Baum teils im normalen also im Dschungelbiom steht und teils in einem Wüstenbiom sieht der so lustig aus sieht sehr herbst herbstlich aus muss ich sagen gefällt mir auf jeden Fall dum 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 so ähm das sind normale Blätter ich glaube ich gehe gleich direkt in den Dschungel rein da ein paar Bäume abholzen habe ich ja schon das öfteren gemacht ich finde übrigens Seite 1.3 sehen die Strände an den Dschungels oder an den Dschungeln Dschungeln was ist eigentlich die Märzlaufe von Dschungel weiß ich jetzt gerade gar nicht ich glaube Dschungeln ja Dschungel einfach genau an den Dschungeln ach ist egal die sehen einfach schöner aus vor allem auf der Minimap seht euch das mal an das sieht echt schön aus da möchte man doch glatt gleich Urlaub machen so drei Minuten noch mal schauen ob ich das schaffe ne schauen wir natürlich nicht denke ich bis dahin was hier abzubauen und wieder zurück zu gehen aber naja wenn ich meine sie durch das mal auf dem Minimap an das sieht einfach so genial aus von oben also auf dem Minimap sieht es besser aus als Tropicraft finde ich den Baum da nee den hier komm nehm ich den ähm wer denn Halt ach komm fick dich dämliche Scheiße hier ey Maa wo soll ich denn hier hoch ey komm oh jetzt bin ich hier im Wasser er hat schöne Scheiße Scheiße wunderbar so dann jetzt hier rein kommt wo ab oh nein ich muss nur den weghauen muss nämlich den ganzen Baum erklimmen und mich dann von oben ab zu ernten das ist in meinen Augen immer die beste Methode ich dachte schöne Scheiße so eine Kackwichse du ey bäh bäh uah oh gut gelöst bäh 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 und jetzt passt auf wie der Chui das macht und wie er sich festbackt so ähm komm 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 geh da hoch ah du so eine Scheiße ey es wäre so schön hätte ich mit dem Part hier oben drauf beenden können weißt du was dann hacke ich mich da jetzt hoch das ist ja dann zwar nicht mehr so stabil aber macht ja nix lass mich hier hoch Drecksviech vor allem Viech so und mit diesem wunderbaren Ausblick sage ich dann tschüss bis zum nächsten Part auf two ich nicht dann ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017